Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir fahren heute auf der Karte Oberstedt V2, die Linie 22 von der Altersstelle am See zum ZOB Oberstedt, zusammen mit dem MAN A20NÜ263ZF Getriebe. Ja, hier sehen wir den Bus schon. Und ich würde sagen, wir gehen mal gleich in den Bus rein. So, wir haben auch schon gleich Abfahrt, wenigen Sekunden sogar schon. Müssen wir mal gerade schnell alles eingeben. So. Bisschen die Dachluken aufmachen. So, dann können wir auch schon losfahren. Da muss noch ein bisschen Druckluft aufbauen. Guten Tag. Moin. Hallo. Moin. Moin. Hallo, guten Morgen. Großbereich. 2,30 Uhr. 50, 70, 2. Bitte. Ja, wir fahren hier um 5.34 Uhr am Morgen. Ich fahre hier im Busbetriebssimulator, allerdings im freien Spiel. Nächste Haltestelle, Fensterweg. Nächste Haltestelle, Fensterweg. Ja, der Bus hat einmal ein Texturen-Pack drinne. Also neue Texturen. Und der hat auch das Morphe-Sound-Pack drin. Moin. Moin. Moin, moin. Guten Morgen. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Nahbereich 1,40 Uhr. 50, 60 und 8. Nächste Haltestelle, Abzweig Kreuzer. Ja, es ist ein schöner, sommersonniger Morgen hier in Oberstedt. Ich glaube, ich mache mal noch ein bisschen Licht hier im Fahrgastraum an. Ja. Ich glaube. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Abzweig Kreuzach. Moin. Hallo. Morgen. Hallo. Bitte einmal Gesamtbereich. Gesamtbereich. Dankeschön. Bitte. So, weiter geht's. Nächste Haltestelle. Kleinbissach. So. 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 So, weiter geht's zum Sonnenwinkel. Na, jetzt muss oben sie irgendwie gerade was nachladen. Seit ich beim letzten Mal, als ich die Strecke gefahren bin, auch hier an derselben Stelle, wo oben sie plötzlich dann mal nachgeladen hat mit dem Ladebildschirm. Hauptsache es lädt nach. So. Ne, die ersten Frühaufsteher sind schon unterwegs. Oder halt Frühpendler. Dach hier. Guten Tag. Einmal nach dem Bereich. Einmal nach dem Bereich, bitte. Einmal nach dem Bereich. Ein Euro 40. Ich habe gefahren. Bitte. Ja, aktuell haben wir ja 17 Fahrgäste drin, wie man oben in der Leiste vom BBS lesen kann. Und 102 Fahrgäste passen insgesamt rein. Ist ja schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Das ist ja schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Das ist ja schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Hallo. Hallo. Bitte eine Kinderkarte. Kinderkarte. Ähm. Da haben wir sie auch. Okay. Bitte. Moin. Moin. Da haben wir hinten noch eine Tür piepen. Das mache ich jetzt gerade mal aus. Nächste Haltestelle. Okay. I'm coming out. Okay. I'm coming out. Hallo. 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 Aber das OMSI Forum ist ja schon längere Zeit im Wartungsmodus und Ja, ich weiß nicht, ob's, wenn's wieder aus dem Wartungsmodus raus ist, ob's dann noch die Download-Links zu diesem Texturen-Pack gibt Moin! Bitte den Fahrschein für den Nahbereich Nahbereich? Vielen Dank! Ich erkenne aber Nahbereich Nahbereich Danke! Guten Morgen! Moin! Bitte Einzelfahrt-Gesamtbereich einmal Sie haben mir zu viel gegeben! Danke! So So war denn jetzt gerade hinten nochmal ein Tür piepen Eigentlich hätte ich den ja ausgeschaltet Naja Dann fahren wir halt mit Tür piepen Nächste Haltestelle Industriepark Guten Tag! Danke dir! Moin! 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 So, weiter zum Stadttheater. Nächste Haltestelle, Stadttheater. Guten Tag. Hallo. Ich habe zehn, als ich sieben, als ich sieben. Ich habe sieben, als ich sieben. Ich habe sieben, als ich sieben und ich sieben. Ich muss jetzt ausfüllen. Da wird es so kleines, ich bin ja sehr, sehr, sehr glatt. Ich habe sieben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mache noch die Dachluken zu. Ja, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.